es war nur noch drei weitere spieler wahrscheinlich wenn ihr mitspielen wollt kommt auf gomme hd.net geht in die 1.16 ob ihr bei masterbuilders und seid dabei ganz genau dann können wir mich fertig machen weil wir großartige künstler sind aber zu wem redest du bei mir schaut mich wirklich gerade jemand zu ich habe gerade zwei zuschauer und einer davon bin ich also der andere wahrscheinlich du oder ich glaube man selber zählt nicht doch ich selber zähle ich glaube ich glaube ja ich bin ich bin der überzeugung ich selber zähler wir waren auf einen weiteren spieler es gibt übrigens bei mir auf twitch auch einen lök command ausruft sich ein lök kann man auch mal sagen es bringt nichts aber es zeigt zumindest dass du da bist und lass mich weiter lösen auch die runde geht gleich los und es gibt auch einen command das ist kann ich gerade mal machen kann ich gerade mal einen chat holen command enter steigert meine net worth ja ganz genau das schaut mal mit dem enter vorbei ich spiele tatsächlich so auch minecraft auf meinem kanal ab und zu eigentlich donnerstags immer ich bin ich habe halt noch nie mag ich habe durchgespielt so im zurweil muss da bin ich gerade dabei dass da zu arbeiten kann man mein kurs soll ich spielen naja du kannst an die credits kommen wenn du ender dragon besiegt das zähle ich einfach mal durch spielen das muss man erstmal schaffen da bin ich gerade dabei hinzuarbeiten aber ich mache gerade meinen eigenen minecraft anus ist man nicht mein eigener aber ich bin bei prof auf dem server apfel wahl oder feuer 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 kriegen wir hin feuer kriegt der wahl war ich voll die idee schon für ich mache es mir zu einfach ok feuer ihr wurdet gewarnt ich mache es mir zu einfach immer die hobbyluster aktion die ich jemals getan habe barriere das was mache ich jetzt hier uhrzeit ändern sonnenuntergang ja machen wir sonnenuntergang das regnen damit schön das feuer ein regnet sonnenschein bringt hier nichts schneefall gebitter erstmals regnen wenn du ein so einen stein und schilder beschreiben hier drauf ich glaube wir haben jetzt beide sachen vor dir nichts nicht gut ändern nein er löscht meine schrift aus dem schild ich wollte einen lustigen witz bringen verdammt so wo ist das feuer lagerfeuer seelenlagerfeuer leitstein kümmer drumherum machen da ich gerade nebenbei abend ist habe ich mich für die kreativste idee meines abends entschieden was das überraschen aber du wirst sofort merken weil das von mir ist ok feuer als bohnen kann man leider nicht machen zu grundsteinen versuch wenigstens ein bisschen kreativ zu sein machen schön leitstein drumherum ich bin mir unten noch ein paar liegen versitzplätze holzstamm als sitzplätze drumherum simuliert ok ich habe noch fünf minuten zeit ich bitte dich so keine feuer schale hier gebaut am ende vergiss ich noch das feuer also hier mal kreativste idee awards vergie und enter ist still konzentriert sich großartige kunst braucht großartige konzentration übereinander stellen kann man auch jetzt müssen wir noch mädchen ihn mal in ihnen ok ein boost muss man auch mädchen packen was mit einem kippel kippel brot dort da sitzt kann er spieler köpfe setzen im menü sehr viel feuer wird die meisten wenn ihr feuer für nutzen lagerfeuer die mitte ein paar seelenfeuer gerade nur rauch zu sehen so und dann wollen wir das hier zu ändern was nicht mal fragen wollte enter ich weiß nicht ob du ich habe die ich habe die die frage schon mal bei dir im stream gestellt weiß nicht ob du mir beantwortet hast aber ich habe die ich habe es nicht gehört ob du und ob du die jetzt ob du die beantworten willst jetzt hier bei mir im stream und eine aufnahme du meinst du meintest dass du meinst auf twitter ich bin ja auch ich bin jetzt auch eine geschichte die man erzählen kann ich bin ja über twitter auf dich aufmerksam geworden daran angelegt auch meine frage ich habe hier dort ich habe dort sein und hier kommen baum pflanzen geht das nicht aufgrund gesteint ich habe mich auf twitter kennengelernt weil du ein post abgelassen hast dass du mehr über lgbtq plus kennenlernen willst und dass du da bist du da besser dass du dich da selbst kennen gelernt hast und dass du bist du selbst auch teil lgbtq plus community bist und ja mein fahrer ist so was was bist du denn hast du gesagt was du bist eine lgb tue also ich bin non-binary das heißt ich identifiziere mich nicht im generellen binären gender spektrum also nicht klar man klar frau in meinem fall ist irgendwas dazwischen noch ein überbegriff für ganz viele verschiedene begriffe ich habe da jetzt unterbegriff noch keinen gefunden der so 100 prozent passt darum bleibe ich beim oberbegriff erstmal halt nur nicht klar man oder frau zumindest nicht von der identität körperlich habe ich den körper eines mannes aber so von der identität von der geschlechterrolle die ich einnehme und ich bin bisexuell ich bin wenn ich jetzt auch sagen ich habe ich habe mich haben gibt es gibt es auf youtube sogar schon ein outing video dazu ein outcoming video deswegen ist auch gar kein geheimnis mehr ich bin asexuell die romantisch damit auch und komplett binär ich bin mann und das ist ja der ganz langweilig mann das ist man gibt so einige in der lgbtq community das ist weißer cisman und zu zweit bei mir hingepflanzt kriegen wir jetzt hier vielleicht in paar minuten noch ein sitzchen die solche das baum stemmen machen ich habe ein mein kopf wo ich habe das bei mein kopf gebaut das irgendwann im luvres hängen wird in paris in frankreich und das wird unter moderne kunst stehen ich glaube es ist auch nur drin das sagt wie das ist was ich gerade gemacht und so will ich wie das was ich gemacht habe ich hängte ich sogar auch nur an weil man das kann ich gar nicht mal so schön ist wenn ich mal so billig und ich habe mir nicht so viel mühe geben ich bin dann beim abend lassen ich wollte mir nicht so viel mühe geben aber das dann doch was da kann man gucken in die mann männchen kriegt da glaube ich jetzt nicht mehr hin riechen irgendwie da kann ich da hier also zwei lgbtqia plus leute hier im steam und aufnahme bei querulanten sozusagen wie kriegt denn die eier aus wo sind wo finde ich denn die eier hier die schildkröten ei auch nicht schlecht mit ein paar villager hin pflanzen oder so wo können wir ins feuer werfen katze sehr schön nicht zuerst magier endermann eine minute haben wir noch wir sind dann was immer ein pfeil da ein panda in den panda nicht verbrennen bitte ich würde ja ein villager ich glaube die brenn sich in feuer kaninchen panda den teten verstehe ich im brand stecken wollte dass er nicht funktioniert müssen der villager doftbewohner sehr schön hier welche doftbewohner draufsetzen vielleicht sogar ja das eigentliche grund dass ein chat bei twitch follower only ist ja das habe ich mal entschieden habe ich mal gesagt das machen lassen das mal lieber weil immer weil bei mir standardmäßig leute reinkamen und das sind immer die 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 dann gefragt und kann ich mitspielen und wieder gehauen sonst das ist das passiert zwar immer noch aber damit versuche ich es halt so ein bisschen versuch es halt so ein bisschen zu ich jetzt die lohn noch platziert aha sehr gut dadurch habe ich es versucht so ein bisschen zu minimieren dass die leute nicht mehr ist nicht mehr so viele leute bei einem reinkommen moment ist gut gewonnen oha etwa hat jemand netter aufgebaut oha das ist wirklich gut das ist legendär da gibt es legendär für der dämpfer zahl alter schwede mit lava hier ist weniger feuer als nicht schlecht trotzdem nicht schlecht hier ist ein feuer mit einem knüppelbrot hier sagt sich doch nochmal ein marschbello auch super finde ich super tolle idee wirklich gute gebäude nicht schlecht kuchen an die und das hat man hier ein lagerfeuer das ist ich ans lagerfeuer das lagerfeuer das lagerfeuer das lager das lagerfeuer das lagerfeuer das lagerfeuer das lagerfeuer ganz einfach wew das lagerfeuer Johm hier brennt alles globale erwärmung schöne idee legendär ja gut ok ein super die Idee ist toll. Feuer war das Thema. Passt. Der Baum brennt ab. Eigentlich sehr gut bisher alles. Okay, das Haus brennt an der Straße. Brandstiftung. Ach komm, gut. Eins muss hier mal ein bisschen... Obwohl die Idee ist schon nicht schlecht. Aha, für mich ein Gut. Der Wavefalle. Was haben wir hier? Was meins? Das meins. Gibt ein Legendär. Kriegt von mir ein Legendär. Ein Among Us. Ich sag, das wird irgendwo unter moderne Kunst im Move reing. Ja, sehr schön. Von mir gab es ein Legendär. Das ist einfach für die Sache. Okay. Lagerfeuer hier. Nicht schlecht. Ja, komm. Okay, gut. Ich habe schon Besseres gesehen jetzt hier. in dieser Runde. Ich mag die Rauchpartikel. Die hätte ich auch kommen müssen. Mhm. Bei mir gibt es genug Rauch bei mir. Oh, jetzt Tag. Okay, das finde ich schon mal schlecht, dass Tag ist. Und da hast du kein echtes Feuer benutzt dafür. Ich finde auch, das Feuer erkennst du nicht so gut, das Lagerfeuer hier irgendwie. Ja, komm. Das ist ein bisschen so farblich, nicht ganz so. In dieser Runde... Es tut mir natürlich leid, aber in dieser Runde... Oh, vergessen hat es zu stimmen. Und gemessen an den anderen ist das ein schlechtes Ding. Hm, wir hätten das wohl gebaut. Die Feuerschale? Wir hätten das gebaut. Da ich das schon anhaben, weiß ich, dass das von dir ist. Ach, verdammt. Meine Katzen hier kommen wir uns zu dir. Die Lohen. Sieht man die Lohen hier im Feuerhaus? Also, wenn du mir legendär gegeben hast, kriegst du mir auch legendär. Sind die Lohen weg, ausgebüxt oder... Und so müssen die Lohen rumschweben. Naja, das hat gewonnen. Ja, zu Recht. Zu Recht, zu Recht. Das war wirklich genial. Wirkt man die Rang, bist du irgendwo noch? Ich glaube, ich müsste gleich kommen. Das ist bad. Was? Nee, nein. Wirklich legendär. Die Netter hier. Guck mal, was ist das für eine Mühe? Das in fünf Minuten? Sehr wirklich. Also, wirklich im Ernst. Zurecht. Ich sehe noch keine Rangliste, aber... Ja, egal. Sie hat es zu Recht gewonnen. Rangliste unterdrückt. Wie er das Netterportal hier hingekriegt hat. Das ist halt wirklich... Der Netter hier, das ist die Lava hier. Das ist ein Gas, der dort oben noch drüber geschoben hat. Jetzt gerade nicht. Ist er getötet worden. Okay, ja, gibt keine Rangliste. Irgendwie geht es doch gar nicht weiter gerade. Ja, müssen wir ein Lobby liefen. Aber wirklich genial, oder? Würde ich schon sagen. Ja, das ist auch wirklich großartig. Mit dem Netterit hier noch drin. Also, das ist wirklich ein Kunstwerk hier. Mit Feuer und so weiter. Das Feuer ist ja vorhanden, und es brennt ja hier schon nicht schlecht. Okej. Vielen Dank.